Was hat das alles für einen Sinn? Wenn man den letzten Funken Hoffnung in sich verliert. Man sich selbst verliert. Wenn man alles verloren hat. Es fühlt sich an, als würde etwas fehlen. Zerstört vom besten Freund. Was redest du da? Es war doch nur eine bescheuerte Energy Drink Dose. Die sie du beißt, dass ich Energy Drink Dosen sammle. Und es war zur Hölle nochmal Alpenjodel Bio Energy Drink mit Guarana gefragt. Jetzt war es nur eine farblich passende Dose. Du weißt doch, ich hatte diese grüne aus London und die andere grüne aus Frankreich. Da habe ich meine Alpenjodeldose dazwischen gestellt. Doch ich habe sie mir jeden Tag angesehen. Und irgendwann überkamen mich die Gefühle. Ich habe alles mit meiner Dose gemacht. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Und von mir war es keine Absicht. Das ist egal. Sie ist tot. Sie ist eine Dose, du Freak. Für dich ist doch alles nur eine Dose. Du hast recht. Also, verstehst du nicht? Nein, du laberst Müll. Bindel, mach das nicht. Komm da sofort wieder runter. Du hast genug auf meinen Dosen rumgetampelt. Das kannst du nicht machen. Etwas so bedeutsam ist, da hast du nicht zerstört. Für dich ist das bedeutsam. Für mich ist es nur eine weitere Dose, die kaputt geht. Phil, ich verstehe dich jetzt. Mach es nicht kaputt. Bitte. Zu spät. Nein! Meine Laterne! Tja, jetzt sind wir quitt. Bock auf ein Justin Bieber-Konzert? Klar! Oh mein Gott. War das dramatisch. Baby, 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 Uuuuuh. Nein, nicht das Justin Bieber-Konzert. An dieser Stelle tut es mir echt nochmal leid, Philipp, dass ich das kaputt gemacht habe. Sammelt ihr auch irgendwelche Sachen, die euch richtig wichtig sind, wie Philips Dosen eben? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Oder auch auf Facebook. Da laden wir jetzt immer mal wieder crazy Videos hoch, die eigentlich nicht auf die Jungs und auch nicht auf Waititi passen. Oh mein Gott, Justin Bieber! Fresse! Also das war's von mir. Wenn ihr unseren letzten Sketch nochmal anschauen wollt, dann schaut einfach hier oben. Und für die Outtakes zu diesem Sketch findet ihr hier unten eine Box. See you soon und bye! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!